Hallo, Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wie man hier vielleicht im Hintergrund erkennen kann, in Wien regnet es eigentlich ein Segen. Eigentlich total angenehm, das machen wir lieber nach Venedig, weil dort es heißt. Für die Anreise nach Venedig haben wir uns für den Nightjet bei ÖBB entschieden. Der Zug verlässt um ungefähr halb zehn den Wiener Hauptbahnhof und kommt am nächsten Morgen um ungefähr halb neun in Venedig an. Liebe Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Venezia Western. Für Ihre weiteren Anschlüsse geachtet Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und die Monitore am Bahnhof. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die hier aussteigen und wünschen einen schönen Tag. Vielen Dank, dass Sie Ihre Reise in den Nightjet gewählt haben. Schönen guten Morgen aus Venedig. Steinfurt Schönen guten Morgen Schönen guten Morgen Schönen guten Morgen Untertitelung. BR 2018 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 Ciao!